Willkommen zur F1-22 MyTeam Audi Karriere. Heute wieder eine Kombi Edition. Wir sind in Ungarn und dann später noch in Belgien Spa und gerade das zweite Rennen wird auf jeden Fall unfassbar spannend und interessant werden. Ja, Ungarn der Strecke ist schwierig zu überholen hier, aber ich denke mir auch das Auto passt nicht ganz auf die 4,3 Kilometer lange und 14 Kurven reiche Strecke. Es sind auch zwei DS-Zonen, wobei man eigentlich sagen muss, die zweite bringt nicht viel. Es ist generell schwierig hier zu überholen, dennoch werde ich das mir heute zur Aufgabe machen. Gucken wir uns mal die Startaufstellung an. Abonnier doch, wenn ihr gerne den Charon kosten müsst. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Charles Leclerc startet aus der Pole Position und der talentierte Spanier Carlos Sainz macht die erste Reihe komplett. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Norris Verstappen, George Russell und Hamilton, Fernando Alonso Perez, Der Professor und Pierre Gasly, Ocon Theo Pocher, Kevin Magnussen und Albon, Hülkenberg, Tsunoda, Guangyu Zhou und Mick Schumacher, Oskar Piastri, Strahl, Vettel und Nicolas Latifi. Gleich werden die fünf roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphieren wird. Das war also die Startaufstellung. Wir gehen von P9 aus ins Rennen, vor uns Chaco Paris und direkt hinter uns Pierre Gasly. Los geht's, lights out and the way we go. Wir gehen hier eigentlich okay weg, kommen ein bisschen... Okay. Ich weiß nicht, was es da auf sich hat. Ich komme zwar eigentlich gut weg von der Reaktion her, nur fehlt dann wirklich die Beschleunigung. Wir haben hier leider einen Platz verloren an Pierre Gasly, der hier einen sehr, sehr tollen Start hat. Der sind jetzt nur noch auf dem zehnten Platz. Das wäre immerhin noch ein Punkt. Aber ja, 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 da können... Ich halte mich noch eher zurück. Und ja, ich muss doch hier in Ungarn, denn es ist sehr eng. Es sind viele Kurven und ich glaube auch generell vom Layout her ist es sehr, sehr schwierig hier generell, ja, zu überholen. Aber wir glaube ich können auch ein bisschen was über die Strategie machen. Hier ist nämlich ein riesiger Stau, denn guckt euch das mal an, wie eng das hier zur Sache geht. Gasly und Paris. Und ich probiere hier meinen Profit auszuschlagen, aber das reicht noch nicht. Aber das ist... Ja, Mann, Paris, du bremst so früh. Ich habe gar nicht damit gerechnet. Hier bleiben wir immer noch hinten. Wir, ja, enthalten uns ein bisschen. Immer noch in der gleichen Runde. Gasly hat sich jetzt, ja, leider ein bisschen verzockt und ist jetzt hinter Paris. Aber das war auch auf kurz oder lang gesehen, glaube ich, ziemlich klar, dass das nicht... Ja, dass Gasly da nicht vorne bleiben kann. Paris generell auch ein besseres Auto, glaube ich, mit dem McLaren. Aber kommen wir mal zurück zu unseren Rennen hier. Denn Charles Leclerc fährt vorne wieder unaufhaltsam Weg. Dahinter Carlos Sainz. Wieder beide Ferrari. Dahinter diesmal ein McLaren. Und ich glaube auch, die schauen nicht so schlecht aus auf der Strecke. Ich muss hier wirklich ein bisschen was riskieren. Ganz spät reinbremsen. Es ist auch, glaube ich, der einzige vernünftige Überholspot hier. Turn 1 reinbremsen. Denn sonst ist es irgendwie überall zu eng und zu, ja, zu hart oder zu schlimm. Aber ja, gut. Immerhin 1-Bot hier. Purple im ersten Sektor. Das wundert mich. Aber es ist natürlich die erste, zweite Runde. Mal gucken, dass wir die Start-Cripp lernen. Und ja, mir fällt auf jeden Fall auf, dass beide Ferrari natürlich wie immer einen sehr, sehr tollen Start hatten. Landon Norris ist ein bisschen schwächer weggekommen. Hat das Ganze aber dann ein bisschen, ja, wieder in Kurve 1 ausgebügelt. Und ist dann auch, ja, da ist sogar hinter Verstappen zuerst mal reingekommen. Ja, ich glaube, ein, zwei Plätze wären schon drin gewesen, wenn ich nicht so einen grottigen Start gehabt hätte. Das ändert sich ja Gott sei Dank in F1 23. Denn da gibt es ein besseres Startprozedere. Ich konnte das auch in der Beta testen. Also das Starten sollte ein bisschen besser funktionieren. Das werden wir uns aber alles dann natürlich in Ruhe angucken. Und wenn es dann nächste Woche endlich draußen ist, heute in einer Woche, dürfen wir es die Vorbesteller endlich spielen. Da zähle auch ich dazu. Und dann entweder noch am Dienstag oder dann am Mittag. Wir haben noch die ersten MyTeam, World und so weiter, Speedtest-Videos und so weiter. Ich freue mich extrem drauf. Wir werden da reingucken. Wir werden da auf jeden Fall richtig Spaß haben. Ich hoffe, ihr seid dabei. Abonniert und bin ich gerne im Channel. Und ja, das ist gerade dieses Getummel hier. Ich hasse es, hier gerade im Mittelfeld festzuhängen. Und ja, da hängen wir immer noch fest. Das ist gefühlt ein zweites Monaco. Wir kommen nicht nach vorne. Wir kommen hinten nicht weg. Vorne nicht nach. Und so ist es leider hier. Es ist auch generell Ungarn ist eine Strecke, die ich absolut nicht mehr brauchen würde. Es ist eine Strecke, die ist zwar natürlich cool und klassisch, aber auch generell eine Strecke, wo du kaum Überholmanöver hast, weil halt alles so eng ist. Man sollte, wenn man in Ungarn bleiben will, auf die neue Strecke gehen, die gebaut wurde. Hat auch vor allem Landstandard, ja mein Gott, beim Boxen einfach fast mein Auto weggeworfen. Wir gehen in die Box rein, probieren einen Undercut, hätte ich schon sagen wollen. Wir reagieren eigentlich nur auf die anderen, denn so gut wie komplette Spitze ist in die Box gegangen. Ich kann nur hoffen, dass irgendwie bei irgendjemandem was klemmt, nicht funktioniert. Wir sind ja die letzte Box, also wir haben eher das Problem nicht. Aber mal gucken, ja. Doch, wir haben das Problem. Jetzt ist nämlich auch Perez durchgeschlüpft. Die hatten einen besseren Stopp und ja, so ist es dann. Sogar den Platz all in all verloren und jetzt nur noch 17 da. Also das Rennen ist schon wieder ein Rennen zum Vergessen. Ich bin absolut nicht glücklich mit der Performance des Autos und auch generell mit meiner Leistung auch nicht. Das Auto ist schwach. Jetzt sind die ersten oder beziehungsweise das Mittelfeld in der Box, die sollten wir eigentlich alle kriegen. So ist es auch. Und auch vor uns Perez, der kann jetzt nicht so weit wegziehen, weil auch Alonso uns überholt hat. Was war denn das für ein dummer Boxenstopp? Alonso das ganze Rennen hinter uns, jetzt wieder vor uns. Also das ist wirklich schwach. Es ist nur noch der neunte Platz und all in all werden wir so viele Punkte jetzt wieder liegen lassen hier. Ich muss eigentlich schon fast fulles Risiko gehen und hier an Perez, an Alonso mich irgendwie probieren, vorbei zu arbeiten. Denn siebente Platz ist glaube ich ein bisschen besser als hier der neunte. Das ist so schwach. Es ist wirklich schon traurig, unsere Leistung heute. Das Rennen dauert auch ewig. Das fällt mir wieder jedes Jahr auf, hier aufs Neue. Jedes Mal, ja halt, hier komme ich auch immer zu weit raus. Jedes Jahr, wenn ich hier bin auf dieser Strecke. Äh, ja, genau. Ähm, ich mag die Strecke nicht besonders. Ähm, sie ist zwar toll, so, so Zeitrenn mäßig und so ist sie spaßig. Auch vielleicht online, weil du da vielleicht ein bisschen mehr Dings hast oder Spielraum hast, aber so ja. Wir sind im DS-Fenster von Jaco Perez immerhin und können uns glaube ich hier ganz gut dran arbeiten und gehen auch wieder in der ersten Kurve vorbei. Das war easy, das war schön, das war okay. Okay, ja, Alonso wird schwieriger und ich glaube, dann ist eh schon Endstation in sieben Runden. Drei Sekunden auf der Startmower von wird nahezu unmöglich, obwohl der ein bisschen im Mercedes-Stoff ist, hängt. Also eine Zehntel machen wir hier ab und zu gut. Ähm, ich glaube auch, wenn Alonso nicht hier wäre, könnten wir schneller. Nur das Problem ist halt auch, dass die Reifen nicht mehr ewig, das machen wir. Mal schauen, der Flügel geht auf im Windschatten, saugen wir uns auch hier an Fernando Alonso dran. Und der Scherz war aus, wir gehen halt links und werden dann halt außen vorbeigehen. Das war okay. Und wir übernehmen, ja, da gehen wir neben die Strecke, dann muss ich ihn wieder vorbeilassen. Das ist natürlich nicht gut, weil das kostet unheimlich viel Zeit. Ich mache hier den Hamilton, aber der funktioniert nicht. Alonso hier mit dem besseren Ende aus der Kurve raus, das war auch sehr dumm. Außen kannst du auch nicht dranbleiben. Jetzt hier wieder an Fernando, immer noch hinter Alonso, auch hier Ende Runde Nummer 13. Wir kommen nicht vorbei und jetzt sieht man nach oben links, wie wir hier Zeit verlieren durch dieses Hinterherfahren. Es sind schon viereinhalb Sekunden, also über eine Sekunde verloren, nur durch das hinten nachfahren. Jetzt kann sogar schon, oder hat schon gar schon wieder Perez auf uns aufgeschlossen. Jetzt nur kein Fehler in Turn-Earns und dann könnten wir immerhin hier den siebten Platz übernehmen. Ja, aber was soll ich sagen, es hätte besser laufen können, aber ja, was soll ich tun? Fünf Runden vor Schluss sind wir hier in einer aussichtslosen Situation. Wir gucken uns hier aber jetzt mal den Start an, oder halt hier mal die Umgebungen. Hier gegen Perez, okay, das war das erste Mal gegen Perez. Und dann hier das zweite Mal gegen Perez, okay. Im Grunde bin ich heute nur gegen Perez und gegen Alonso gefahren, wenn man so will. Aber ja, so sind auch Rennen mal. Ich freue mich schon auf die 35%-Rennen, die können auf jeden Fall Gamechanger-mäßig werden. Wer ist jetzt vor uns? Alonso habe ich leider nicht mehr. Und das ist auch leider schon unsere Endposition. Wir konnten zwar noch eine Sekunde auf Max aufholen, aber ja, all in all, glaube ich, hat dieser Fight, gerade mit Alonso, hat sehr, sehr viel Zeit und sehr, sehr viel Reifen gekostet. Das ist der siebte Platz. Wir nehmen die sechs Punkte hier. Wir danken das Ungarn mit und ich freue mich auch, dass wir endlich weg sind. Also wirklich Ungarn, absolut keine Strecke, wenn das Qualifying nicht gut lief. Es ist traurig. Auch mit der Strategie ging heute leider nichts. Das war eher so ein mittelmäßiges Rennen. Deswegen freue ich mich auf Belgien. Umso mehr wir gucken uns natürlich dennoch die Start, also das Podium an, weil da haben es heute, glaube ich, zwei Vorare hingeschafft. Deswegen kann sich da auch Vorare freuen und ich glaube, die werden auch bald die Fans auf den Titel holen, denn die sind wirklich unaufhaltsam. Das ganze Team ist sehr, sehr strong, aber auch ich muss sagen, Nader Norris in unserer Karriere hier echt zu einem Geheimfavoriten entwickelt. Auch in der Ende letzter Season, aber jetzt gerade so. Der ist richtig, richtig strong. Das ein oder andere Mal hat er uns da richtig schon überrascht. Ich glaube, Sanz ist dann Zweiter geworden und Norris dann Dritte. Ja, das war natürlich schön für sie. Blöd für uns natürlich, dass da wieder unser engster oder unser gefährlichster WM-Rivale ganz oben steht und die schnellste Rennrunde und den Win wieder 26 Punkte und wir machen 20 minus. Ich glaube, das könnte auch jetzt interessant werden, denn ich glaube, gegen Carlos Sanz wird das auch ganz knapp. Ich muss im zweiten Rennen heute abliefern, sonst entklärt er mir jegliche Chance auf den Titel. Ja, der schlägt da auf und ja, Ferrari kann sich freuen. Die sind da oben auf, gerade im Game sind die unschlagbar gut gemacht worden. Also unschlagbar jetzt nicht, aber die sind schon sehr gut gemacht worden. Ja, wir nehmen die 6 Punkte mit. Leclerc auch mit der schnellsten Rennrunde. Und die war jetzt nicht mal besonders schnell, aber doch, die waren 13 so schneller wie meine Runde. Generell alle Runden da vorne waren schneller wie meine. Wir sind jetzt genau 20 Punkte hinter Leclerc. Das heißt, wir waren Punkte gleich vor dem Rennen, aber auch zu Sanz ist nicht viel Gap, aber gehen wir ins nächste Rennen, Spar-Funko-Charm. Sollte mir mehr liegen. Und da sind wir nur noch. Willkommen hier aus Spar-Funko-Charm aus Belgien. Eine meiner drei Lieblingsstrecken. Ich würde sogar sagen, meine absolute Lieblingsstrecke. Es ist eine tolle Strecke hier in den Athenern. Traumhaft wirklich. Ich liebe diese Strecke. 19 Grad, wie immer das beliebte adänische Wetter, aber wir gucken uns mal die Startbestellung an. Aber woher noch die Strecke 70004? Eigentlich schon sinnbildlich. Diese 004, 2DS 219 Kurven. Natürlich ein Bergauf-Bergab-Fahrt, wie erst im Bilderbuch. Machen die Strecke einfach nur grandios und nostalgisch und perfekt. Wenn es geht, sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an. Dank einer überragenden Fahrt im gestrigen Qualifying startet Charles Leclerc von der Pole. Und der talentierte Spanier Carlos Sainz macht die erste Reihe komplett. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir Norris, Russell, Lewis Hamilton und Verstappen, Perez, der Professor, Gasly und Esteban Ocon, Albon Hülkenberg, Kevin Magnussen und Fernando Alonso, Theo Pocher, Tsunoda, Guangyu Zhou und Mick Schumacher, Oskar Piastri, Stroll, Latifi und Sebastian Vettel startet aus der hintersten Reihe. Welcher dieser hervorragenden Fahrer wird sich heute durchsetzen? Vielen, vielen Dank. Und das Qualifying lief eindeutig ein bisschen besser. Es ist zwar nur der achte Platz, aber der Abstand zu den anderen war nicht mehr so hoch. Los geht's. Die Lichter gehen aus. Mein Start wie immer. Krottenschlecht. Perez hat einen tollen Start. Also wir auch hier. Nur es wird ganz, ganz eng. Hier das, ich hab's kaum gesehen. Wie ich Gasly gegen die Mauer fahren gesehen habe, wusste ich, dass das sich nicht ausgeht. Es ist immer so, wenn da rechts einer rein sticht wie ein Volltrottel, dann musst du dich sputen. Hier jagen wir wieder Perez Arruch rauf. Den können wir uns auch gleich mitholen. Noch nicht ganz im Windschatten. Arbeiten wir uns hier dran. Aber ich muss auch abdecken. Gegenerst ein paar Nucon, die er Gott sei Dank ein bisschen zurückgestocken hat. Hier, ich hab keinen Platz. Ich kann nichts machen. Ich muss einfach früher bremsen. Und das schlüpft fast Nucon durch. Das ist kein optimaler Start. Hier innen Nucon sticht immer wieder durch. Das ist ein Wahnsinn hier. Wie eng das hier zur Sache geht. Und hier können wir uns easy Verstappen mitnehmen. Ich gab keine Berührung hier. Er ist einfach hier irgendwie rüber gelenkt. Und wir konnten uns hier Verstappen überholen. Das war schon mal gut. Jetzt geht's weiter nach vorne. Jacob Harris sollte nach dem letzten Rennen auch kein Problem werden. Ja, Hamilton, Russell. Meine Pace ist eigentlich strong hier. Und ich erwarte mir, oder ich muss fast ein Podium schaffen. Also, drei, vier Plätze sollten wir schon noch gut machen. Denn es führen wieder beide Ferrari da vorne. Und schon langsam wird's echt langweilig. Das erinnert mich ein bisschen an die aktuelle Formel 1-Verfassung. Also, ein Team dominiert da wirklich alles. Nur, dass es in meinem Game halt beide sind, die so strong sind. Also, erinnert mich das schon fast an die Mercedes-Zeiten damals. Da waren ja auch immer beide auf 1 und 2 oder auf 1 und 3 und so. Das ist natürlich, ja, bitter. Paris hier, den könnten wir mit einem guten Exit hier aus Passdorf vielleicht in Lasurs angreifen. Das könnte was werden. Aber jetzt gucken wir uns mal vorher die Start-Replayern, die verdammt gut war. Also, ja, ich glaube, wenn ich wieder besser vom Fleck weggekommen wäre, wäre es noch besser gewesen. Aber so all in all, muss ich sagen, ja, hatten wir ein bisschen Pech mit dem Verkehr oder beziehungsweise mit den kämpfenden Leuten da vor uns. Und das war auch eine ganz haarige Situation. Ja, vier sind einfach zu viele in einer Kurve. Das merkst du dann aber auch erst, wenn es dann richtig keilt. Und so ist es dann halt leider. So, Turn 1 können wir mit einem... Boah, das war viel zu spät auf der Bremse. Also, ich glaube, da kommt fast der Switchback von Paris. Den konnten wir abwehren. Ich bin, glaube ich, ein bisschen zu weit weg für Windschatten von Hamilton. Aber der könnte mir trotzdem helfen, um meine Position hier zu behalten. Ah doch, der Windschatten ist toll. Guck dir den Speed unten an. 300. Und ja, da schaffen wir knapp die... Ja, 34. Nein, 33 waren wir. Das ist echt strong für die 2022er Autos, muss ich sagen. So, und jetzt sind wir auch ganz, ganz knapp hier in Lewis Hamilton dran. Könnte das was werden? Also, auf jeden Fall nicht so wie Verstappen vorhin. Der traut sich da... Ja, der traut sich zu, dass wir ihn dann nicht überholen. Das hätte ich auch bei Max nicht gemacht, wenn er uns dann nicht die Tür so offen gelassen hätte. Jetzt hier in Blanchiment können wir schön mithalten. Und das könnte gut werden. Das könnte sehr gut werden, denn wir sind sogar außen, was hier gut ist. Denn im Bus Stop, ja, wow, eng. Aber doch übernehmen wir hier den fünften Platz und das ist sehr wichtig. Schnellste Rennroute ebenso. Wie geil ist das denn? Belgien, ja, mutiert natürlich hier wieder zum Retter, denn hier können wir so viele Punkte gut machen. Ich hoffe auch, dass irgendwann vielleicht mal ein Ausfall von Leclerc kommt. Aber ich glaube, das Hoffen ist natürlich gut. Aber wir sollten auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Also ich muss mich auch hier echt zusammenreißen. Wir müssen abliefern. Die Qualifanks müssen besser werden und auch die Starts müssen besser werden. Wir haben nicht mehr viele Rennen. Und am Freitag bzw. am Samstag sollte dann auch das Finale unserer MyTeam-Karriere starten. Spätestens am Sonntag. Also ich lasse mir da ein bisschen Luft nach oben, denn es ist echt mühsam hier. Oder es ist echt sehr, sehr zeitaufwendig. Zwei Rennen zu schneiden, zu kommentieren. Ja, Leclerc, Russell, was machst du denn auch hier? Es ist echt sehr, sehr anspruchsvoll von der Zeit her. So, Double Gouch können wir dranbleiben an Russell. Und auch Nori ist nicht weit weg. Davor ist ein kleineres Loch. Vielleicht mit der Strategie ist da was drin. Alles ist jetzt drin. Denn wir sind in der dritten Runde und sind nun, ja, oder sind schon auf dem fünften Platz. Und beide Konkurrenten von mir sind hier nur knapp eine Sekunde vor mir. Ja, da wollte ich ein bisschen reinhalten. Russell hat aber theoretisch die Tür zugeschlagen. Und wir bekommen theoretisch das DAS sogar auf. Ja, hier machen wir den gleichen Move wie gegen Luis. Nein, das geht nicht. Vielleicht der Switchback, vielleicht. Nein, der reicht nicht. Ach Mann. Der Russell wird hier zum Spielverderber. Der kostet schon wieder unnötig Zeit. Wieder schnellste Rennrunde. Aber wir machen natürlich die meiste Zeit in Sektor 1 gut. Denn hier holst du dir das DAS. Und das habe ich jetzt nicht. Und auch EAS ist sehr knapp. Ich denke mal, Russell wird jetzt wieder durchstechen. Also das wird sehr knapp. Das ist natürlich genau dieser Zurückhacker von Russell in der letzten Kurve, dass wir hier nicht vorne bleiben. Ah, das ist blöd. Dann schaut mal, wie der angeschossen kommt. Der fährt da safe 10, 15 km. Was das DAS zulässt schneller. Da können wir auch nichts machen dagegen. Das ist natürlich dumm. Das kostet so viel Zeit. Hier jetzt schon über eine Sekunde auf Nuri verloren. Und auch auf die Spitze ein bisschen viel verloren. Wir müssen richtig jetzt hier uns reinackern. Außen hier an Russell vorbei. Doch, das wird nicht reichen, oder? Nein, da müssen wir ihn noch einmal ziehen lassen. Mann. Es wird mühsam. Es wird mühsam. Und wir gehen, glaube ich, in die Box rein. Ja, wir probieren den Undercut. Das ist... Die Reifen sind eh schon durch. Und vielleicht können wir dann auch gleich im Zuge dessen Paris holen. Es ist nicht Nuri, es ist Paris. Ähm, oder ist es Nuri? Ich weiß nicht genau. Also den McLaren halt vorne holen. Das ist natürlich wichtig, denn... Ja, sonst wird das nichts mehr mit der Position. Hultenberg wieder nur 15. Das ist mühsam. Mal gucken. Los geht's hier zum zweiten Stint. Mit dem harten Medium. Oder mit dem Medium halt. Und... Nö. Das kann spannend werden. Das kann härter werden. Hier geht Lance rein. Aber viel wichtiger ist... Es sind schon, ähm, ein Mercedes in der Box drin. Ich... Es ist Luis, okay. Den haben wir locker geholt. All in all. Aber da kommt wieder einer vor uns raus. Und das ist Leclerc. Guckt mal, wie nah Leclerc jetzt hier an uns dran ist. Das ist wirklich nicht... Nicht schlecht. Das ist gar nicht schlecht. Denn hier ist jetzt Landon... Äh... Mick Schumacher direkt in front of him. Und vielleicht schafft er es nicht an ihm vorbei. Das ist knapp. Das ist sehr knapp. Das ist unfassbar eng da. Ah, ist leider vorbei. Ich dachte mir, dass vielleicht ein Mick bei ihr zeigt. Mick, komm! No way. No way. Es hat trotzdem viel Zeit für Leclerc gekostet. Und vor allem ist noch einer, der zu überrunden ist. Also... Hier ist noch ein Mick. Denn... Da müssen wir eigentlich schnell vorbei. Denn ich... Es darf keine Zeit verlieren. Ähm... Auch Leclerc hängt jetzt hinter einem... Überrundungsüberholung, wenn wir fest. Und der probiert es hier tatsächlich innen im Planchiment. Und der hat hier Glück. Wir hier außen an Mick vorbei. Haben aber jetzt wieder einen Fahrer vor uns. Das ist Sebastian Vettel. Und... Ja, da haben wir kaum Zeit verloren, den zu überholen. Denn er pickt eh schon in die Box ab. Und wir sind direkt im Windschatten zu Charles Leclerc. Schauen wir mal, wo Carlos Sainz rauskommt. Wo... Ähm... Nori rauskommt. Und vor allem auch, wo natürlich... Russell rauskommt. Russell hat mir in der Box überholt. Wir sind hier verdammt Nan Leclerc dran. Sainz ist vor uns rausgekommt. Und... Nein! Das ist Nori! Nori ist vor uns rausgekommt. Das ist natürlich gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Und... So müssen wir den All-in-All auch überholen. Sainz ist noch viel weiter weg. Also das hat so viel Zeit gekostet, dass sogar Charles Leclerc hier, ähm... Ja, richtig viel an Boten verloren hat. Das war natürlich dumm. Mit dem hat man aber auch nicht rechnen können. Weil er steht zwar circa, wo man rauskommt. Aber wenn dann der Pitstop nicht eins zu eins so verläuft, fliegt man ein bisschen weiter zurück. Nori und Leclerc könnten wir uns holen. Und das wäre natürlich in Richtung WM ein mega Schlag. Denn das sind vier Punkte, die wir dann... Oder fünf Punkte, die wir dann mehr holen würden. Und Leclerc bremst hier... Ähm... Nori bremst hier Leclerc ein. Denn... Ist natürlich klar, weil Nori seinen Reifen noch nicht ganz frisch war. Wir sind ja Ende der achten Runde. Und jetzt hängen wir hier im Windschatten von Leclerc. Das ist die schnellste Rennrunde. Und... Wir gehen hier an Charles Leclerc vorbei. Das ist WM-entscheidend. Okay, WM-entscheidend noch nicht ganz. Aber... Das ist natürlich verdammt wichtig. In Hinsicht von der WM. Ich will ja auch nicht immer von der WM reden. Das kommt mir irgendwie so vor. Also ob ich hier ein bisschen fixiert wäre. Dennoch ist es natürlich das Wichtigste, was es noch zu gewinnen gibt. Die AS bekommen wir. Nur Leclerc klebt uns hier dran. Wir müssen einmal hier abdecken. Ich ziehe hier rüber und signalisiere Leclerc. Nee, nee, nee. Du kommst hier nicht vorbei. Einmal davon erkreuzen. Und... Ja... Da geht nichts. Wir bleiben hier vorne. Denn... Ja. Hier gegen... Das war knapp hier gegen George Russell. Der hat da richtig die Tür zugeworfen. Finde ich echt cool. Generell, die Fights in dem Belgienrennen machen so viel Spaß. Und dann hier gegen George Russell in Turn 1. Da kam aber natürlich der Switch oben wieder auf Arouge. Und da waren wir wieder hin. Und dann sind wir außen da an... Also wir waren ja an Russell vorbei. Also das war ja sowieso... Oder nein, da waren wir gar nicht vorbei. Und jetzt hier genau das war das mit Mick. Ich war da sehr, 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 sehr hastig. Aber ich wollte natürlich auch unbedingt an Leclerc vorbei. Denn das ist so wichtig, dass wir den wenigstens geschlagen haben. Seins ist eh wohl oder übel aus dem Fight draußen. Aber generell, wir müssen hier um jeden Punkt fighten. Wir waren da so knapp an Mick dran. Das war echt bombastisch. Bombastisch, wirklich. Also sehr, sehr cool. Macht wirklich so viel Spaß hier. Äh, Belgien. Einfach eine tolle Strecke zum Fighten. Nebeneinander hier. Gras mitgenommen. Und das war geil. Wirklich ein toller Fett. Sehr, sehr cool. So. Sepp hat es auch gut gemacht, dass er da... Ich meine, er war jetzt keine Überrundung. Aber er wusste natürlich, dass er ein bisschen im Weg steht. Und sowieso in die Box muss. Leclerc klebt uns zwar dran. Wir können es aber, glaube ich, dennoch schaffen. Nori war einfach unaufhaltbar. Also Nori ist einfach so eine stronge Pace. Ich bin nie ins DS-Fenster gekommen. Die letzten zwei, drei Runden nicht. Und der rettet hier tatsächlich seinen zweiten Platz. Ist natürlich jetzt für uns blöd. Wir kommen zwar aufs Podium, holen aber natürlich nur drei Plätze mehr als Leclerc. Nehmen hier also die 15 Punkte mit. Leclerc nimmt die 12 Punkte mit. Das ist, ja, drei Punkte mehr. Ist gut. Sind nur noch 17 in der WM, die wir hinten sind. Der zweite wäre natürlich toll gewesen. Und ich glaube auch, dass mit unserer Renn-Pace heute der Win drin gewesen wäre. Trotzdem finde ich, ist es gut. Wir sind sehr, sehr toll gefahren. Auch würde ich sagen, meiner Meinung nach ein kleines Rennen hat so Spaß gemacht. Belgien, eine 10 von 10. Und die darf unbedingt nicht rausfallen. Gebt Ungarn raus. Gebt Monaco raus. Nein, Monaco auch nicht. Gebt Ungarn raus. Aber lasst doch bitte Belgien drin. Es ist so eine krass geile Strecke. Toll. Sehr, sehr genial. Carlos Sands gewinnt hier. Viel wichtiger wird vermutlich sein, wo er jetzt in der WM landet. Und ob das jetzt irgendwelche Auswirkungen hat. Ich glaube nicht. Denn er war echt wert hinten. Und er hatte ja auch mal einen Ausfall. Also, das wird eher, glaube ich, ja, gleich bleiben. Er macht ja auch nur 7 Punkte gut. Ja, Carlos Sands, toll gefahren. Aber mich hat Lando so unfassbar überrascht. Lando war wirklich unheimlich schnell. Also, ich habe mich gepusht ohne Ende. Aber bin nicht ins Sekundenfenster gekommen. Lando war verdammt schnell. Und der hat das wirklich auch richtig verdient. Yoho. Du hast es sowas wie von verdient. Hier auf dem Treppchen zu stehen. Toll. Wir stehen auch mal wieder oben. Und wir hamstern auch wieder Podiumspunkte mit ein. 1,8 Sekunden haben wir uns dann nur zu Carlos Sands getrennt. Also, das ist wirklich bitter. Sehr, sehr bitter. Aber auch das Hannover mit der schnellsten Rennung. Also, wirklich. Oh, den Ohl. Die hätte ich mir auf jeden Fall gegönnt. Gerne. Aber kann man nichts machen. Auch leider keine Punkte in diesem Video heute für Nico Hültenberg. Aber er hat das schon mal gepunktet. Er hat es schon mal angeschrieben. Das ist sehr gut. Es wird leider nicht in der dritten Season gehen. Ich habe aber auch geplant, dass es in Formel 1 23 auf jeden Fall mehr My Team Rennen geben muss. Also, auch hier fertig Clips unnormal auf TikTok. Auch wenn manche schreiben so, du hast kein Skill und so. Ich probiere mein Bestes. Ich bin Controller Player und ich möchte auch Controller Player bleiben. Ich fahre schon wirklich so, so lange mit Controller und ich bin eigentlich mit meiner Pace sehr zufrieden. Wir fahren auch meistens so um die 82 Schwierigkeit Monaco. Nur, glaube ich, 75. Aber ich glaube auch, das hat sich in Formel 1 23 geändert. Dennoch, vielen, vielen Dank fürs Zugucken, Leute. Es geht in die Endphase. In die heiße Endphase. Also, morgen kommt dann das nächste Duo. Übermorgen auch noch und übermorgen auch noch. Und dann werden wir auch ganz zum Schluss ein Special in Abu Dhabi fahren. Ein 50% Rennen um hoffentlich den Weltmeistertitel. Also, ja, gegen Leclerc. Ich freue mich extrem drauf und seid unbedingt gespannt. Bleibt dran. Ich freue mich. Nächste Woche geht es dann, genau heute in einer Woche geht es dann los mit F1 23. Entweder dann am Dienstag, wie gesagt, oder am Mittwoch. Und auch gerne meine Social Media Channels auschecken, weil da wird es wirklich viel, viel Stuff geben. Morgen steht dann Monsant. Schaut gerne unbedingt auf TikTok vorbei. Da gibt es viel Stuff online und auch gerne auf Instagram. Ich werde auch immer wieder Sachen verkünden. Aber auf TikTok werden wir richtig einspitzen und da werde ich auch richtig viel reden drüber und so. Abonniert gerne den Channel kosten. Das lasst gerne einen Daumen oben da, falls euch mein Stuff gefällt. Bis morgen oder später auf TikTok und ciao. Später kommt noch Road2F1313. Später kommt noch Road2F13.